Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber der Weltfrauentag macht mich sehr nachdenklich. Fortschritte, die bei der Stärkung von Frauen und Mädchen gemacht wurden, sind nichts Selbstverständliches. Etliche Staaten scheinen entschlossen, mühsame Errungenschaften bei der Selbstbestimmung von Frauen sogar rückgängig machen zu wollen. Genau für diese benachteiligten Frauen und Mädchen arbeitet CARE weltweit unermüdlich, damit auch sie Zugang zu Bildung, Arbeit und einem selbstbestimmten Leben erhalten. Denn das ist ein Grundmenschenrecht für uns alle, nicht nur am Weltfrauentag.